So, moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal heute! Eine Wolle, 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 wir haben es endgewonnen! WUH! Ja, meine Endfestung, ich war vorher schon in einer, aber nur in einer kleinen. Und zwar bin ich jetzt ungefähr eine Stunde, eine verkackte Stunde gelaufen. Und zwar haben wir jetzt eine größere Festung gefunden mit einem Schiff, einer Elytra. Und ich bin grad so geil und freu mich sowas von drauf. Dass wir das endlich gefunden haben. Weil ich bin grad ganz schön knapp. Ich hab nämlich nicht mehr viel Essen. So, wir müssen das jetzt ganz vorsichtig angehen. Die Sache, weil das Ding ist schon mächtig. Und das sind auch krasses Sachen drin. Ja, das ist jetzt fein schon. Boah, ich bin grad so geil und das Ding ist schon mächtig. Und, und hier sind auch viele Sachen, die uns echt wehtun. Okay. Alles klar. Greif ist geil, brächtig und tut sich weh. Ich wusste dann. Naja. Ja, wenn du in das, in das Zell reingehst, dann ist das so ein Schuriker-Dungeon. Ja, 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 ich hab grad Probleme. Das ist auch so. Nein, was ist denn das? Ich bin davon an. Ey, wenn Reif jetzt stirbt, die jungen Brüder wie sein Mikro so und zusammen verschrotzt sein PC. Also ist das gelaufen? Ne, das ist es nicht. Doch. So, ihr kleinen. Mann, die knallt mich ab, Mann. Mit ihren. Jetzt. Ey, das wird los. Ja. Alter, wenn ich nicht... Ich glaube, danach müssen wir erstmal das Mikrofodum ein bisschen leiser stecken. Der Brüder einfach sein... Sein... Sein Dings, ja. Der macht einfach sein mit dem Membran im Mikro kaputt. Das funktioniert jetzt einfach nicht. Aber das Supernetz ist rausch, weil es so laut war. Aber wenn ich dann echt sterbe, Alter, aber dann. Dann. Rastig aus. Da fängt er an, ich schwitze richtig hart. Junge, ich schwitze jetzt schon und ich bin nicht mal oben oder irgendwo. Ich schwitze schon, Leute. Angstschweiß ist real. Ich schwitze, ich schwitze. Ich schwitze. Ähm. Er ist ein Zwischenweiter in Tremeln. Mann! Diese Dreckscreeper. Ich hasse es. Ich hasse sie so sehr. Diese Kacksbasten. Junge, weh, du bring dich um. Nein! Oha! Das ist Scheisspiele. Mann, ich will nicht mehr, ja. Ja! Die feiert sich erst mal einen ab. Die wird einfach so eine Hexe. Geil! Jetzt ist es von voller Anfang. Braum macht es Spaß. Ich liebe Minecraft. Mann! Ist es wichtig, war es 2 hoch? War 2 hoch, oder? Oder unten. Ähm, immer noch nicht. Ich bin auch so eine gute Rüste. Ich bin auch so eine gute Rüste. Das ist eine goldrüste Rüste rum. Das ist die zweite Rüste. Boah, noch besser. Ja, Zucker verzaubert. Wer schießt denn hier die ganze Zeit, Alter? Der Netto. Warum Netto? Netto. So ist es richtig, oder? Ja. Ja, was? Ja, die beiden. Jetzt. Jetzt. Zweite. Ab so. Heck! Mann, weil... Das Ding ist, kann ja doch nicht schlafen, oder? Also, das ist alles wichtig, oder? Ja, schon, ne? Yes. Ist er durch. Mann! Diese Dreckscreeper! Schon wieder! Das Ding ist, die hören zuerst, wenn die explodieren, ne? Ein Müll. Bist du denn jetzt auch schon fast kaputt? Äh. Ach, Mann ey, Leute. Pff! Entführer, ne? Ach, warum? Alter und nein, unser.... Wartere. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Ich habe einfach nur ein paar Tiers gefunden und eine Eisenrüstung und Eisenspitzhacke mehr nicht. Das kann ich dir dann geben, hier, Feuerschutz 3. Das überleg mir grad. Warte mal, mit Wasserblöcken baut er noch an. Ja, der baut noch mit Ziegel. Ach nee. Das Ding ist, es ist ja schön, warte mal, ich hab ne Idee, wir könnten das ganz anders bauen. Und zwar, dafür gehe ich kurz mal aus der Welt und gehe auf eine Singleplayer-Welt. Dort fahren wir das kurz nach und schauen, wie das mit anderen Ressourcen aussehen würde. Ey. Wüste. Mord. Ein irgendwie guter Rüstung, außer vielleicht jetzt. Da komm ich da mit einer Perle hin. Wo komm ich da mit einer Perle hin? Entdeckungs-Dingster-Boomster. Mach ich. Dann, danach. Na, wir müssen nochmal hinlaufen. Bei dir passiert, bist du gestorben? Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.